Ach Mensch, ist das schön hier. Schaut mal da, die Berge und da hinten die Bäume. Uiuiui, das ist ja mal eine Open World zum Reinknien. So typisch Piranha Bytes eben. Moment mal, was ist denn das? Leidet Elex 2 jetzt etwa auch unter der Ubisoft-Formel? Was sollen denn die ganzen Icons hier? Da macht das Erkunden ja gar keinen Spaß mehr. Ach so, die hab ich ja selbst eingetragen. Ups, Entschuldigung. Tolles Feature eigentlich. So erschließe ich mir nämlich nach und nach selbst die riesige Map dieses Rollenspiels. Echtes Entdecker-Feeling eben. Da fühle ich mich glatt wie ein nerdiger Alexander von Humboldt. Googelt den doch mal, da lernt ihr noch was. Aber später, jetzt bitte anschnallen. Unser Flug beginnt. Dieses Video wird euch präsentiert vom ultraschlanken ROG Gaming Notebook Sephirus M16. Die super schmalen Bildschirmränder sorgen dafür, dass das beeindruckend schnelle 165Hz WQHD-Display fast genauso groß ist wie das Notebook selbst. Wie stark es sein soll, könnt ihr selbst wählen. Zum Beispiel einen Intel Core i9-Prozessor und eine GeForce RTX 3070. Dank bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit geht euch die Gaming-Power auch nicht so schnell aus und Dolby Atmos sorgt für imposanten Sound. Mehr Infos zum ROG Sephirus M16 findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Elex 2 erscheint zwar erst am 1. März 2022, ich konnte es aber schon jetzt richtig lange spielen. 30 Stunden, um genau zu sein, in einer inhaltlich kompletten Beta-Version. In diesem Video darf ich euch lediglich Szenen aus Akt 1 der Story zeigen, aber dafür schon jede Menge Aussagen zum Gameplay machen. Und was soll ich sagen, Elex 2 macht verdammt viel richtig. Jedenfalls, wenn ihr auf diese Art von Open-World-RPG steht. Wir zwei sind uns doch schon einmal begegnet. Woher kenne ich dein Gesicht? Denn diese Welt muss sich tatsächlich selbst erforschen. Questmarker sind hier optional. Ich laufe einfach los, sehe in der Ferne spannende Locations und sammle dort nützliche Items ein. Verbunden wird das durch etliche Kämpfe und ein Jetpack, das im Vergleich zu Elex 1 von 2017 deutlich mehr Freiheiten bietet. Warum ich hier rumlaufe? Nun, Elex 2 hat natürlich auch eine Geschichte. Das hier ist Jax. Jax hat in Elex 1 die Welt gerettet. Im Nachfolger muss er das gleich nochmal machen, denn Aliens breiten sich auf dem Planeten Magalan aus. Aber Jax hat ein Problem. Er fällt zu Beginn eine Klippe herab, wird von einem außerirdischen Parasiten befallen und muss jetzt wieder ganz unten auf Level 1 anfangen. Typischer Rollenspiel-Helden-Kram eben. Um die Invasion abzuwehren, müsst ihr vor allem jede Menge Kämpfe bestreiten. Wer die Spiele von Piranha Bytes kennt, der weiß schon, Gefechte sind hier immer ein bisschen hakelig. Elex 2 ist da keine Ausnahme. Die Animationen sind nicht mehr taufrisch und von einem Dark Souls ist das Gekloppe weit entfernt. Tatsächlich haben die Entwickler im Vergleich zum Vorgänger aber einige Änderungen vorgenommen. Vieles davon ist subtil, in der Summe fühlen sich die Gefechte aber leichter kontrollierbar an. Ausweichen und Ausdauerleiste spielen eine zentrale Rolle, mit Schilden könnt ihr blocken und Fernkampfwaffen sind ebenfalls mit von der Partie. Magie dagegen erschließt sich euch erst, wenn ihr euch einer Fraktion anschließt. Davon gibt es fünf Stück und sie sind sehr unterschiedlich. Wie schon damals in Gothic ist das Spiel darauf ausgerichtet, dass ihr die Entscheidung für eine Gruppe möglichst lange hinauszögert. Die Entwickler unterstützen diesen Spielstil noch dadurch, dass ihr euch bei mehreren Fraktionen als Spion in die Reihen einer anderen Gruppierung einschleichen sollt. So sahnt ihr das Maximum an Erfahrungspunkten ab. Ganz neu, diesmal dürft ihr auch fraktionslos bleiben und trotzdem die Story abschließen. Als Spieler bestimmt ihr ganz frei, in welche Richtung Jack sich entwickelt. Nach jedem Levelaufstieg steigert ihr fünf Attribute. Für die Fähigkeiten müsst ihr Lehrer aufsuchen und sie mit Ingame-Währung und Lernpunkten bezahlen. Gute Nachrichten, die in Elex 1 kaputten Attribute funktionieren diesmal wie gewünscht. Sich ohne jede Vorgaben einen eigenen Charakter zu basteln, motiviert ungemein. Auch, weil ihr mit jener neuen Stufe merklich stärker werdet und diesen Boost eurer Kampfkraft auch dringend benötigt. Das schönste Kompliment, das ich Elex 2 machen kann, ist, dass es nicht weichgespült wirkt und stattdessen den Spieler respektiert. Ihr wollt da hinten die Lagerhalle erforschen und schon mit Level 15 den Riesenkampfmecht bekämpfen? Okay, dann könnt ihr das tun, aber das Ergebnis dürft in etwa so aussehen. Elex 2 hat keine Angst davor, den Spieler vor den Kopf zu stoßen. Es biedert sich euch nicht an, von der Schnellreise an vorgegebenen Punkten mal abgesehen. Gleichzeitig gibt's aber dank fünf Schwierigkeitsgraden genug Einstellungsmöglichkeiten, um den Frust zu verringern. Überhaupt wirkt die Open World diesmal intelligenter designt. Gerade zu Beginn läuft man nicht mehr so leicht in Sackgassen mit unbezwingbaren Gegnern wie im Vorgänger. Trotzdem gibt's jede Menge Herausforderungen für das spätere Spiel. Zwischen 50 und 80 Stunden könnt ihr für die Bewältigung der Kampagne getrost einplanen. Dafür sorgen auch umfangreiche Crafting-Optionen, mit denen ihr eure Ausrüstung verbessert. Ach ja, das Jetpack gehört da natürlich auch dazu. Wer Elex 1 gespielt hat, erinnert sich, auf hohe Türme düsen, Mauern überwinden, alles kein Problem hier. Das Design der Spielwelt ist auch diesmal tatsächlich auf dieses von Beginn an verfügbare Gadget ausgerichtet und belohnt neugierige Spieler mit Gegenständen an entlegenen Orten. Klasse! Neu ist diesmal das horizontale Fliegen. Dieser Booster kann immer nur für einige Sekunden gezündet werden, verändert aber das Spielgefühl fundamental. Dank hoher Sichtweite verpasst ihr im Flugmodus nichts, sondern könnt im Gegensatz noch gezielter die Welt erkunden. Um die Flugdauer zu erhöhen, benötigt ihr Treibstoffkanister, die ihr nach und nach in eurem Jetpack verbaut. Neue Kanister findet ihr vor allem durch das aufmerksame Erkunden der Spielwelt. Eine weitere Motivationsspirale. Auch der Kampf in der Luft ist nun möglich. Mit Nahkampfwaffen läuft der fast automatisch ab und ist nicht sonderlich anspruchsvoll. Im Science-Fiction-Setting von Elex 2 gibt's aber auch reichlich Schusswaffen, mit denen ihr Gegner am Boden aufs Korn nehmt. Ihr seht es vielleicht schon, alle Waffen besitzen bescheidenes Treffer-Feedback und die Gefechte fühlen sich vergleichsweise altbacken an. Aber sie frustrieren zumindest nicht so stark wie in Teil 1. Das ist in meinen Augen schon mal eine Verbesserung. Letzten Endes sind das Jetpack und dessen neuer Funktionsumfang die eine große Neuerung von Elex 2. Der Rest fühlt sich einfach nur eine Spur geschliffener an. Vieles wurde auch schlicht aus dem Vorgänger übernommen, wie die Minispiele beim Schlösserknacken und Safehacken. Auch die Bastion, eine Spielerbasis, in der ihr eure NPC-Begleiter trefft, ist wieder mit von der Partie. Diese KI-Helfer hauen munter auf Gegner ein, lassen sich aber weder ausrüsten noch groß anpassen. Warum etwas verändern, das in der Vergangenheit gut funktioniert hat? Über fünf Jahre war Elex 2 in Arbeit. Aber auch in dieser Zeit hat es der deutsche Entwickler Piranha Bytes nicht geschafft, dem Spiel ein wirklich zeitgemäßes Äußeres zu verpassen. Keinerlei Arbeitsmoral. Sie stinken und sind faul. Ich würde lieber ein paar Kindern ihre Arbeit überlassen, als meine Zeit in ihrer Ausbildung zu verschwenden. Die Animationen sind so hakelig, wie man das aus Gothic und Risen in Erinnerung hat. Und die Welt ist zwar groß und toll designt, aber bei weitem nicht so schön wie in einem Red Dead Redemption oder Horizon. Okay, ein paar hübsche Lichtstimmung und detaillierte Rüstungen schmuggeln sich dann doch schon noch dazwischen. Die Frage ist aber, braucht Elex 2 überhaupt eine supertolle Grafik? Ich sage, nö, njet, no ma'am. Denn es besitzt etwas, das viel wertvoller ist als jeder Waytracing-Effekt. Seele, Freiheit, Langzeitmotivation. Aber okay, diese Plastikgesichter hätten echt nicht sein müssen. Ja, Elex 2 kann bei Technik und Präsentation nicht mit den Großen im Genre mithalten. Es ist in allen Belangen etwas ungelenk, ein bisschen billig, ein wenig veraltet. Aber Elex 2 hat das Herz am rechten Fleck und macht zumindest mir auch nach 30 Stunden immer noch einen Heidenspaß. Ich will jeden Winkel der Spielwelt erkunden, auch weil die sich im Vergleich zu Elex 1 ganz schön verändert hat. Das For der Outlaws etwa liegt nicht mehr mitten in der Wüste, stattdessen wachsen hier die Bäume der Berserker. Elex 2 ist nicht für jeden Spielertyp geeignet. Aber wenn das Spiel so weitergeht wie in den ersten 30 Stunden, dann hat die Reihe hiermit endgültig ihre Identität gefunden. Elex 2 zitiert den Uran Gothic zwar noch, hat aber keine Angst, sich davon zu distanzieren. Das Rollenspiel besitzt eine Open World, die nicht den üblichen Regeln im Genre folgt und mich gerade dadurch mehr fasziniert als jede noch so auf Hochglanz polierte, mit Fragezeichen überfüllte andere Spielwelt. Denn hier setze ich die Fragezeichen selbst. Sie ist nur ein